Herzlich willkommen beim Nettes Morgens Blogger der Welt. Heute geht es um Krapi-Bottels. Manche fragen sich, wer ist das jetzt? Es ist der beste Kumpel von KSFreak, der auch eine ziemlich große Reichweite hat. Nach wie vor eine Million Abonnenten auf YouTube und eine Million Follower auf Instagram. Und damit hat er es geschafft, trotzdem Insolvenz jetzt anmelden zu müssen und hat einige Fehler begangen. Er hat jetzt auch ein Statement hochgeladen und darauf will ich jetzt mal eingehen. Krapi hat also jetzt nach fast zwei Jahren Pause wieder ein Video hochgeladen, ein Statement, was fast 24 Minuten gilt und worauf die ganzen Punkte eingeht, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist. Vom Tod seines Vaters bis hin zum Insolvenzverfahren sind da einige Hiobsbotschaften für ihn dabei gewesen. Allerdings muss ich sagen, kommen mir einige Punkte dort zu wenig vor und ich muss sagen, dass ich das nicht so ganz verstehen kann und auch kein richtiges Mitleid empfinden kann, wenn eine Person mit Millionenreichweite nicht mal versteht, dass man vielleicht auch ein wenig was fürs Finanzamt bzw. auch für die Krankenkasse zurücklegen muss. Das kann eigentlich nicht so schwer sein und ich verstehe auch nicht, warum man sich da nicht einfach eine Beratung holt. Denn so teuer ist das Ganze nicht. Ich kann es absolut verstehen, wenn man wirklich am Boden ist, wenn man seinen Vater verliert bzw. wenn man einfach jemanden wichtigen in seinem Leben verloren hat, kann man einige Tage, Wochen oder Monate am Boden sein. Das ist vollkommen selbstverständlich. Da will ich ihm auch gar nichts Böses. Aber wenn er jetzt wirklich die ganzen zwei Jahre lang kein einziges Video hochlädt und sich nur auf Instagram anscheinend konzentriert hat, wo er auch eine Millionenreichweite hat, wo es eigentlich kein Problem sein sollte, genug Geld zu erwirtschaften. Die müssen da teilweise nur ein Bild posten und verdienen mehrere tausend Euro pro Post oder können Videos hochladen, wo die ganz schnell 100, 200, 300, 400.000 Klicks haben pro Video und mehrere tausend Euro teilweise pro Video auch verdienen können. Dann habe ich einfach kein Verständnis für, wenn man zwei Jahre auf YouTube nichts hochlädt. Es kann einem schlecht gehen, man kann auch durch eine schlechte Phase gehen, man kann vielleicht auch wirklich, ja, sich Hilfe suchen in der Zeit. Es ist vollkommen legitim, auch mal eine Pause einzulegen, aber sich dann überhaupt nicht darum zu kümmern, vielleicht auch Geld zu erwirtschaften. Und wenn man dann auch Geld erwirtschaftet hat in hunderttausenden Beträgen, also da waren von 200.000 Euro innerhalb von zwei Monaten die Rede, die er dann auch mit KSV vielleicht geteilt hat, dann sind das trotzdem, wenn man alle Abzüge davon abrechnet und auch die Krankenkasse mit einbezieht, wenn man einfach 50.000 davon weglegt, sind das 50.000 innerhalb von ein oder zwei Monaten. Alleine diese Zahl ist doch schon krass, da kann man locker ein, zwei Jahre super von leben. Aber wenn man halt in Saus im Braus lebt und sich Klamotten, Autos, Reisen finanziert und nicht daran denkt, vielleicht mal einen Steuerberater aufzusuchen oder vielleicht einen Rechtsanwalt, der sich auch mit den ganzen Belangen auseinandersetzt oder ein vernünftiges Management, was das auch einfach gut kann, dann frage ich mich halt schon, wo ist jetzt das Problem und warum sollte ich jetzt eigentlich das Mitleid hier für ihn haben? Ich verstehe es wirklich nicht, warum er da nicht viel früher reagiert hat und sich da auch Hilfe gesucht hat in den letzten zwei Jahren. Anscheinend hat er da irgendwie das Ganze verschlafen, sonst wäre es jetzt nicht erst zu der Insolvenz gekommen, zumindest kommt es mir halt sehr komisch vor. Das ist so meine Meinung. Ihr könnt auch eure ganz sachlich mal unten reinschreiben, empfindet ihr da noch Mitleid? Oder sagt ihr auch, nee, mit solchen Leuten habe ich nicht wirklich viel Mitleid, denn eigentlich wäre es doch kein Problem, zwei, drei Videos die Woche hochzuladen, das mache ich auch die ganze Zeit. Und er hat eine viel größere Reichweite, auf Instagram ein paar Bilder posten, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Man kann da so viel Geld verdienen, das ist ein Privileg, so sein Geld verdienen zu können. Er kann mit Reisen und Co. sein Geld verdienen, er hat so viele Möglichkeiten. Also ich biete mich da auch gerne an, ich würde ihn sogar auch nicht bescheißen, wie sein Ex-Manager. Er würde einfach sagen, Mensch, wir machen 20 zu 80, also du kriegst 80, ich 20. Wenn ich da irgendwelche Deals ausklar mache für ihn, dann würde ich dann einfach sagen, komm, 20 Prozent machen, vernünftige Verträge miteinander und fertig ist das Ding. Das ist doch nicht so schwer. Und er wird ja bestimmt auch noch Leute finden, die da mit ihm zusammenarbeiten in Zukunft. Und so schwer ist es gleich bei der Reichweite auch nicht, mehrere tausend Euro pro Post, pro Werbung und Co. zu verdienen. Und gerade auch mit der Millionenreichweite fände ich es auch sehr bitter, wenn man zwei Jahre überhaupt nicht zu hoch geht. Also das ist echt verschwendete Reichweite, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist zumindest meine Meinung, schreibt eure Sache hier unten rein. Bis bald und ciao, ciao. Ciao.